hallo und herzlich willkommen hier zweiter folge hier frankreich ja ich wünsche mal allen schon frohe weihnachten und mein mitspieler mein kamerad mein kompagnon mitgesellschaft er ist auch dabei rastin der edle herr hallo weiter geht's glücklich an muss die nacharbeit durchführen ich habe ja dafür vergessen gehabt gleich mal zwei bahn nacharbeiten dann ist für 36 fast fertig ein kleiner rest und dann geht es auf feld im roh ja ein kleines feld halt bei uns am ruf was machen die kühe geht's dir gut super die muss die kuh die junge kärz die kurs die muh du kannst mal die beiden pflanzen rausreißen und kraut hier aber er kommt der vorbei dann brauchen wir nicht spritzen weil wir fürchten jetzt wächst noch mehr aber wegen zwei pflanzen muss man kein kopf machen dann machen wir fast bio außer gut am wunderschönen genommen vielleicht wenn wir eines tages geräste haben ich komme fast gleich vorbei ich kann mal eine stelle finden wo ich die mackt habe ich muss mal gucken an der karte na da oben an die ecke ja gut ok sieht gut aus die gps ist perfekt jetzt gewacht hat man muss auch funktionieren die die andere ding bleibt noch eine pflanze und kraut ich weiß nicht du die eine pflanze da die zwei stück da reiß die mal raus da ich bin mein bestes und geradeaus weiter sind noch zwei pflanzen ich glaube wir haben zu tief drin du kann ich nicht rausgerissen dann schmeiß ab das ding nimm ein Messer kein Messer mit ein Mann ohne Messer ist kein Messer deswegen habe ich ja immer eine Makete bei mir da habe ich ein Messer habe ich ein Wolf ein Messer gekillt und den Bären auch den Superbären die Ecke lassen wir da oben die Ecke lassen wir auch jetzt geht es rüber auf Feldnummer 42 was ist da sieht so braun aus wieso ist die 38 nur einfach gedüngt da war das bestimmt im Frühling Doppel gemacht worden die 42 ist gemult Unkraut so viel Unkraut wenn braun bei Unkraut ist dann heißt es das ist schon weg ach so das sieht ja böse aus also 42 ist voll gedüngt da brauchen wir nicht ich muss nur die 41 die 40 also das ist noch nicht fertig die 38 ist auch noch nicht fertig und die 37 ist auch noch nicht gewachsen dann brauchst du auch noch nicht düngen wenn da noch nichts gewachsen ist dann brauchst du auch gerne versucht dann brauchen wir nicht probieren dann haben wir erst mal fertig dann haben wir erst mal fertig bitte düngen ja erst mal dann werden wir weiter machen Spray wenn wir durchgespult haben dann läuft man schlägt auf den Blick ja können wir probieren das ist eh bald nachts wir können bald schlafen lass mal zum Hof fahren vielleicht haben wir Glück und wir können im neuen Jahr umziehen das wäre ganz gut wenn wir die Ernte dann eingefahren haben äh man weiß es noch nicht genau wahrscheinlich nicht vor Weihnachten deswegen äh machen wir auch nicht weiter aber vielleicht können wir nach Weihnachten oder zum neuen Jahr umziehen und alles klappt so zum Arsch bist du doch auf der Eiferstadt ne? ja gut gut jetzt können wir vorsprung können wir schlafen auch schon wieder schlafen aber wir wollen die Zeit ja durch und meine eigenen Felder fertig kriegen damit wir Geld verdienen können schlafen alleine ist gut bei fremden arbeiten ist nicht gut 1. April 1. April wir haben 1. April 1. April 1. April 2. April hast du eine Scherzauflage äh bald ist Weihnachten ich sehe unser Hafer ist gewachsen ja das ist gewachsen ja das ist gewachsen dann können wir dann kann ein Hafer gedüngt werden kannst du gerne düngen und du kannst auch aufspämpfen der geht weiter in meinem Fliebeut Hafer und Korbmittel Hacke da werde ich mir Unkorbbekämpfung vornehmen oder würdest du und Pflegeberechnung wird sperrt was und Pflegeberechnung wird sperrt stimmt das ist schlecht jetzt haben wir keinen Tag der feld geht garantiert mit Pflegebereitung ne ne und der andere auch nicht ne so ein Mist aber auch irgendwo erstmal und dann mache ich mir vielleicht einen Kopf wegen Spritzer hast du voll gemacht und du solltest voll so alt weg voll ja das passt dann werde ich mir einen Tag ausleiten klein da gehen wir auf Geschwindigkeit 1 musst du machen ja nur auch einlocken aber einlocken muss wir sowieso wegen Speichern nachher ja früher warst du mal richtig geil auf einlocken als Adi ja wie sagen wir so das Passwort ist ein bisschen schwierig schwierig kann man sich nicht im Kopf behalten ich habe die Wörter nicht ausgesucht das hat er automatisch gemacht wunderbar ich habe es nur aufgeschrieben aber das macht ja nichts ja nutze hier all nichts vielleicht brauchen wir noch einen kleinen Taktor für Dünger streuen für Dünger und für Spritze wir werden da mehr Felder haben guck mal rein wo wir da kaufen können mittelgroße Traktoren muss nicht teuer sein besser vergessen aber noch nicht auf Kaliber dann haben wir noch Z-Thor den F700 noch was der hat 220 PS der kann noch so notlos anders ziehen und der kleine hat 200 PS das reicht nochmal 122.000 kostet der einfach Berge haben wir hier nicht also von daher reicht der vollkommen aus die kaufen wir gleich mit Pflegebereifung und dann bleibt der auch mit Pflegebereifung stehen Pflegebereifung die Reifen sind aber breiter geworden als 19er ja also stimmt gut den kaufen wir mal zurück dann wo noch ein Gewicht ein kleines ein schöner Raps vielleicht kann man ein bisschen Richtung genau gut neue Marke im Spiel oder eine alte Marke ein bisschen kleiner Case ich bin mir zu Ferguson nicht? ja ich bin mir zu Ferguson ja schön das war das war eine Wiese muss gewalt werden verstehe ich nicht ja das muss wir jetzt fahren das ist bisher schwierig dann haben wir erstmalig gemacht und das wird jetzt immer ständig nachgesagt ja macht nichts umgerechnet zu fahrer sagt zu teuer da war ja eine bahn leer ich lasst du gebraucht ich hatte das feld mit dem abhochten portell gesehen die können wir noch mal hier um gut schreiben ja Unkraut hat uns auch wieder das müssen wir jetzt ein bisschen einschränken ein bisschen härtere methode hier fangen wir mal hier vorne an hier ist noch kein Unkraut tatsächlich fangen wir hinten an da haben wir schon mal gemacht in der Mitte der beiden ich mache hier auch mit er geht am schnellsten der arbeitet genauer als ich das macht sich bemerkbar beziehungsweise hat er mir da nicht gemacht aber das ist genau die Spur wo du gefahren bist oder wo ist das da für eine Spur ja das ist nicht so ganz klar aber hier ist viel Unkraut drin da muss ich gar nicht ah ja wahnsinnig wie die Zeit weg geht die Bäume mag er nicht er will die Runde fahren ich werde es mal einklappen sonst kommen wir nicht zurecht hier und wird ab nichts hier ich könnte mir ein Eis nachher auch das naja noch mal war das sagt gut verträgt Unkraut haben warum die Kräne entschuldige mehr wie früher früher war nicht so viel warum es hieß es war ein bisschen anders da war ja nur punktuell hier war nicht gepflügt nicht schon mit dem fertig ne ich war jetzt noch das mit und dann bin ich wahnsinnig das muss gehen so kann er gehen lassen so klärt mir aber die fahrer wir wollen den tag nicht so lange machen später geht es ja weiter heute ist einmal schön dank was sie reinschauen schon einen schönen rest feiertag als ihr nicht könnt wenn doch wird unser freuen wenn ihr da seid dann seid mal schön bis zum nächsten mal